Ich bin die Svenja, ich unterrichte Englisch und Geografie und es ist mein viertes Jahr an der Forms. An der Forms können wir unseren Leidenschaften nachgehen. Ich beispielsweise darf einen Schulgarten leiten, ich darf aber auch einen Wahlkurs Nachhaltigkeit leiten und darf einfach so ein bisschen meine privaten Leidenschaften mit in meinen Unterricht bringen. Die Schüler finden das natürlich super. Wir bauen Hochbäte, wir hängen Nistkästen auf und die Schüler können sich auch während des Tages einfach mal draußen austoben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017